so dienstag ist es dienstag es geht auf das wochenende hinzu ja was habe ich denn heute mal vor uns ich habe heute mal den spiegel eigentlich müsste der spiegel und und ich wir müssten ja eigentlich ein bisschen irgendwie alliierte zumindest sein zumindest müssen auf der gleichen seite stehen genauso wie eigentlich ich ja immer wieder sage dass ich müsste eigentlich ein sozialdemokrat sein ich müsste eigentlich sympathien für die spd haben ich habe auch sympathien für die spd aber ich habe keinerlei verständnis für die politik der spd denn ich sage ja wie ist die spd eben nicht mehr mitte links steht dass sie genau von schröder dahin wieder weg manövriert wurde von mitte links auf mitte rechts und da auch immer noch ist aber in der bevölkerung hat sie immer noch das mittellinke image das gleiche beim spiegel da war es halt nicht schöner da war es tatsächlich stefan aus der hat den spiegel von mitte links auf mitte rechts gedreht 94 ist der dort chef redakteur geworden und das sieht man alleine schon alleine an dem personalmilieu was ich dort gebildet hat also eine personalraschale zwischen springer presse noch mal bitte ja springer presse und dem spiegel das hätte es unter augstein niemals geben können also unter rudolf augstein ich bin nicht alt genug um tatsächlich ihn wirklich erlebt zu haben ja der ist tatsächlich da bin ich der ist jetzt 2002 ist der gestorben in hamburg aber also von da klar habe ich ihn noch erlebt aber so richtig nicht was man natürlich machen kann ist man muss sich zum beispiel nur mal das interview zwischen rudolf augstein und günter gauss angucken das ist von 1972 und da hätte ich da würde ich jetzt meine hand für ins feuer legen dass eine eine praktische personalzusammenarbeit zwischen springer presse und spiegel einfach nicht in frage kommen könnte warum eigentlich nicht weil also wenn man bei der bild gearbeitet hat dann muss man eine gewissen eine gewisse grundmeinung haben das wird man da nicht eingestellt bei der bild und um so hoch zu kommen also jetzt irgendwelche komischen kleinsten redakteure da ist das relativ egal wenn man aber relativ weiter aufsteigen will in diesem springer konzern da muss man eine bestimmte grundüberzeugung haben so und von dort aus dann tatsächlich rüber zu wechseln zur springer zum spiegel jetzt könnte man sagen na gut er hat sich halt vielleicht verstellt das kann ich mir nicht vorstellen genauso wie dann aus ist tatsächlich dann hier 94 wie gesagt von 94 an war er dann chefredakteur beim spiegel bis 2008 und ist dann tatsächlich ja über n24 die jetzt ja das ist ja das das ist springer tv die sind die gehören jetzt dem dem die waren vorher bei pro 7 sat 1 waren die und die sind dann verkauft worden und zwar in die springer presse in den springer verlag n24 ist bild tv ganz ehrlich und da ist aus zum beispiel mit 26 prozent daran beteiligt und er ist jetzt herausgeber der der zeitung die welt springer presse genau und war oder auch bis war da auch in 2016 der zeit weil ich der chefredakteur das ist stefan aust heutzutage früher mit früher tatsächlich rumgelaufen mit menschen von der rf und eriko meinhof gut befreundet und sollte auch eigenen ankamen tatsächlich ja von bader und maler einmal die sollen aber versucht haben ihn zu töten aber der ist dann jetzt einfach bei der springer presse gelandet so das milieu was ich dann mal dabei spiegel dadurch gebildet hat dass da dieser das kann man daran erkennen dass jetzt ein jachim salzwedel der ist ganz lange das lange jahre kulturredakteur beim spiegel und der hat jetzt für eine für die sachbuch besten liste die oder empfehlungsliste besser gesagt in deutschland ein buch in diese liste rein gebracht durch außergewöhnliche umstände das ganz klar ganz klar eine eine rechte verschwörungstheorie ist die sozusagen eine so weit rechts ist dass man dass man alleine im vorwort schon daran zweifelt dass man auch nur ansatzweise diesen menschen ernst nehmen kann ganz kurz zu dieser liste das ist die sachbuch empfehlungsliste von ndr und süddeutscher zeitung es gibt ja einmal die 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 spiegel sachbuch bestseller liste das sind die bücher die schon verkauft worden in dieser liste stehen die bücher die jetzt von einer jury empfohlen werden dass man sagt hier da gleich mal reingucken und die landen dann später ziemlich sicher anhand auf der spiegel bestseller liste diese jury ist zusammengesetzt aus ganz vielen verschiedenen menschen das ist wie gesagt ndr und süddeutscher zeitung bringen die heraus da sind aber wie gesagt halt auch leute vom spiegel drin kulturredakteure vom spiegel kulturredakteure von der frankfurter allgemeinen sind da drin ganz ganz unterschiedlich verschiedene menschen und bisher war es eigentlich so das ungeschriebene gesetz man jeder redakteur bekommt 20 punkte die verteilt er auf verschiedene bücher das hat jetzt diesmal johannes als weder etwas anders gemacht er hat seine gesamten 20 punkte genommen und als einziger auf dieses buch gesetzt und dadurch ist dieses buch auf platz 9 dieser besten liste gekommen so richtig hat das keiner so richtig mitbekommen was denn das eigentlich für ein buch ist weil etwas gesagt kannte keiner so richtig aber was passiert dann natürlich ganz einfach dann guckt man sich mal an was denn dieser weise also außergewöhnlich ist was denn dieser menschen da auf einmal was denn dieser mensch dann tatsächlich denn da hier empfiehlt weil es wie gesagt bisher jetzt nicht so nicht so bisher hat man das einfach nicht so getan so und was findet man da alleine im vorwort ja im vorwort des buches wird bundeskanzlerin angela merkel cdu im sinne der verschwörungstheorie einer umvolkung eine überwältigung der ethisch deutschen bevölkerung vorgeworfen also das hätte strikt aus dem afd parteiprogramm sein können oder außerdem sei auschwitz ein mythos welcher der diskussion entzogen werden soll so und der gegner des programms der multikulturalität das ist das programm was zum beispiel angela merkel fährt oder was wir uns als gesellschaft auch tatsächlich auf die fahrenden geschrieben haben dass wir eben nicht nur uns abschotten wollen und wir wollen uns bewahren sondern dass hier im grunde genau merkel jeder willkommen ist der friedlich und gesetzestreu ist ja und der gegner dieser dieses programm ist das indigene volk also deutschland den deutschen aria voran ich glaube alleine bei diesem vorwort da kann man einfach er versucht dann ja irgendwie das zu rechtfertigen dass das das ist irgendwie man möchte über jeden satz mit dem autor diskutieren so dicht und wütend schreibt er das sagt dieser johannes salzwedel ich möchte mit diesem autor nicht diskutieren weil wer so einen wer so einen blödsinn schreibt mit dem kann man auch nicht also es wird ja immer gerne man muss das gespräch suchen ich sehe das ein bisschen anders man muss weiterhin argumente bringen immer und immer wieder aber das direkte gespräch muss man mit solchen leuten gar mal braucht man gar nicht führen weil es ist komplett sinnlos so was zu machen solange die nicht solange da nicht so ein grundgroschen gefallen ist und die tatsächlich darüber nachdenken ist ein man muss denen die argumente um die ohren werfen das stimmt aber in einem persönlichen gespräch eine diskussion ist da komplett nutzlos weil die ihnen die hören ja nicht zu jedenfalls alleine schon dass dieses buch vorgeschlagen wurde von ihnen dass das dann aber auch noch mit 20 punkten tatsächlich forciert hat dass dieses buch in die bestseller diese empfehlungsliste kommt das sagt für mich eine ganze menge aus und da kann sich dann halt auch der klaus bringbäumer chefredakteur des spiegels hinstellen und völlig entrüstet sein und enttäuscht ähm über das über das votum des kollegens das glaube ich nicht so also so richtig glaube ich das nicht und zwar wissen sie warum her bringt bäumer wenn jemand so etwas irgendwie schon affinität dafür hat dann zeigt sich das nicht erst in so einer empfehlung für ein buch dann zeigt sich das auch direkt vorher und wenn so ein mensch bei ihnen arbeitet dann weiß man ungefähr dann kann man sich doch vorstellen was für ein milieu da gepflegt wird bei ihnen nämlich ein milieu wo so etwas gedeihen kann und das passiert wenn man seine 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 zeitung von mittel links auf mittel rechts rückt wenn man seine publikation von mittel links auf mittel rechts rückt dann kriegt man nämlich auf einmal auch den rechten rand mit dran das mag das mag finanziell mehr sinn machen weil die sind wahrscheinlich sogar mehr unterschwellig zumindest und so wie die demokraten gedacht haben ha jetzt sind wir ganz schlau die linken die haben wir sowieso weil was sollen die schon wählen die wählen keine republikanisch wenn wir jetzt noch programmpunkte der republikaner übernehmen dann können wir bei denen leute abgraben oh gott dann können wir sogar immer gewinnen das war die idee von von clinton die linken die wählen die republikaner auf keinen fall egal was ist die haben wir eh in der tasche genau den gleichen wahlkampf hat hillary jetzt im wunder genommen gemacht in den in wisconsin in michigan und in pennsylvania da haben wir immer gewonnen warum sollten wir denn da warum soll ich denn da wahlkampf machen die haben wir eh und auch auf ansage das könnte knapp werden da die haben wir eh die wählen die nicht wir müssen rechtsschwilerstimmen abgraben wir müssen um unsere bestehenden links da müssen wir uns nicht kümmern wir müssen rechtsschwilerstimmen abgraben ja aber dadurch verliert man doch die links na aber was sollen die denn wählen die können ja gar nichts anderes wählen genau die idee war im grunde genommen bei den demokraten amerika das ist auch die idee von schröder gewesen und von tony blair und das ist die idee auch vom spiegel gewesen die haben auch gesagt wieso unsere spiegelleser die werden nicht den stern lesen und die werden nicht fokus lesen und die werden nicht die bild lesen die sind bei uns die sind sicher bei uns so und wenn wir uns jetzt weiter nach rechts bewegen dann vergrößern wir unser marktpublikum dann vergrößern wir unsere unsere einnahmen ganz simpel tja und dann bekommt man so eine Leute auf einmal und dann gibt man einfach mal Buchempfehlungen für rechtsradikale Bücher und ist dann auch völlig erstaunt dass sowas passiert potz blitz